Wisst ihr, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe? Rocket League. So, wo ist mein Controller? Der liegt ja schon ganz verstaubt in der Ecke. Muss ich erstmal gucken, ob ich hier vielleicht mal die Musik wieder ein bisschen leiser machen muss. So, machen wir mal ein bisschen leiser, damit man mich besser verstehen kann. So, jetzt wollen wir mal hier das Spiel suchen. Mal gucken. Also, ich bin komplett aus der Übung. Ich habe jetzt wirklich schon seit Monaten ja eigentlich nicht mehr gespielt. Im Prinzip seit den letzten Rocket League Videos hier auf dem Kanal habe ich kein Rocket League mehr gespielt. Heißt, ich fange also wieder komplett von vorne an. Ich glaube, ich werde mich auch sehr, sehr dumm anstellen. Aber das macht ja nichts. Man darf ja auch durchaus mal dumm sein. Was ist denn das? Oh, ich bin jetzt irgendwie mittendrin. Das ist mir noch nie passiert, dass ich mittendrin war. Nicht alleine. Ai, 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 ai. Was sind denn alle? Ich kann mir gar keine Spielerliste anzeigen lassen. Achso, weil noch die Spielersuche läuft. Okay, ich sehe es jetzt gerade am rechten Bildschirmrand. Na gut, das ist dann hier noch so ein bisschen vorgeplänkelt und gleich bricht die Runde bestimmt ab. Because of shit. Kann man mal ein bisschen üben hier. Üben, pupüben. Ja, wie geht es euch denn so? Während ich hier spiele, lädt gerade Mountain Blade Warband runter. Und ich habe innerlich schon die Entscheidung getroffen, dass das das nächste Spiel sein wird, das wir hier ausprobieren werden auf T-Beutel-P. Okay, wir werden natürlich auch noch ein bisschen Dark Age of Camelot spielen, aber ehrlich gesagt habe ich auch Bock auf Mountain Blade. So, was ist denn da los? Ich kann den Ball einfach nicht treffen. Was ist denn jetzt mit der Spielersuche hier? Da könnte jetzt so langsam ja mal was passieren. Bin ich jetzt schon echt dankbar für. Es kann ja nicht sein, dass um die Uhrzeit hier nicht genügend Spieler zustande kommen. Was war denn so ein Bullshit? Dup-di-dup-di-dup. Ist ja eigentlich ganz cool. Kann man mal so ein bisschen üben hier. Dafür, dass ich dann schon seit Monaten nicht mehr gespielt habe, habe ich dann hier noch so ein bisschen Schonfrist. Na, komm schon. Der geht doch rein. Natürlich geht er rein. Jo. Tja, wäre das jetzt nur mal ein echtes Tor gewesen, dann wäre das ja tatsächlich koordiniert abgelaufen. Aber ich befürchte, es wird nicht besonders... Oh Gott, jetzt sind wir nur noch zwei. Tja, dann würde ich wahrscheinlich gleich auch mal das Spiel verlassen und hoffen, dass er gleich eine andere Partie findet und zwar etwas schneller. Ist ja ein cooles Level hier eigentlich mit so einem Ring. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Map gab es früher gar nicht. Das sieht schon geil aus. Muss man ja immer sagen. Erinnert mich so ein bisschen an... Ich? Halo? Ja, vielleicht. Boah, 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 boah. Na? Oh. Leider. Dann vorbei. Aber! Tor gemacht! Super toll! Super toll! D-d-d-d-d-d-d-d. So. Jetzt haben wir mal wieder hier. Oh, jetzt habe ich das Tor verbockt. Hätte einfach nur auskugeln lassen müssen. Ich glaube, da kommt jetzt kein Spiel mehr zustande. Irgendwie traue ich dem ganzen Matchmaking-System gerade nicht so über den Weg. Na komm, wir schießen noch einmal aufs Tor. Noch einmal so ein Pseudo-Tor. Ach, so nicht. Oh, schon wieder vorbei. Oh, schon wieder vorbei. Oh, schon wieder vorbei. So eine Scheiße. Das ist nur los mit mir. Ich kann das einfach nicht mehr. Aber er macht ja auch so schon. Das Tor. Ich brauche gar nichts machen. Einfach mal den Ball ausrollen lassen. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt weggehen hier. Zack. Ups. Ne, neues Spiel suchen. Das wollen wir einfach mal ein Spiel suchen. So. Findet er jetzt schneller was? Oder ist wieder irgendwas kaputt? Okay. Da passiert was. Da passiert etwas. Und tatsächlich... Nur ein leerer Platz. Ja, kommt schon. Och nee, was ist denn los? Da gab es doch nie Probleme. Beitritt läuft. Ja, was ist mit dem letzten Spieler da? Oh, das kann nicht sein. Es geht los. Uiuiuiuiuiui. Wie viele sind da? Okay, alle sechs. Gucken wir mal. Uuua! Ich habe ihn zumindest getroffen. Das ist ja schon mal nach so langer Zeit tatsächlich ein etwas Positives. Oh. Oh. Was ist da los? Das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich selbstverständlich ein Tor erzielen. Am besten natürlich in unserem ersten Spiel seit Monaten. Wollen wir ein Tor erzielen? Ja, wir wollen ein Tor erzielen. Natürlich wollen wir das. So. Es passiert nämlich wie folgt. Da muss man so springen, sich ein bisschen überschlagen. Und schon ist das Tor drin. Seht ihr? Oh, nee. Das wollen wir ehrlich gesagt nicht so gerne. Weg damit. Ja, Befreiendschlag. So sieht das nämlich aus. Ich bin ja der große Befreier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, was ist denn hier los? Oh. Nee, das wollen wir nicht. Hm, hm, hm. Weg da, weg da, weg da, weg da. Hm. So. Aber jetzt. Ah, scheiße. Der wäre doch fast reingegangen. Jetzt aber. Nein, nicht Spaßti. Mega, fick, Spaßti. Das gibt es doch gar nicht. Oh, Gott. Ich hätte es fast geschafft. Das war so dumm. Warum habe ich das Tor denn nicht gemacht? Das wäre so schön gewesen. Das wäre einfach so schön gewesen. Meine Güte, jetzt muss ich mich ja wirklich anstrengen damit. Aber immerhin haben wir noch kein Gegentor reinbekommen. Was schon erstaunlich angesichts dieser... Das hin und her gewurschtelt es da ist. So, zack. Oh nein, die Trottel. Ich bin ja heute echt ein super Trottel. Ein super Trottel. Das geht mir allein. Fickt euch. Nein. 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 Nein, das wollen wir nicht. Ja, ihr könnt nämlich selber alle nix. Das ist schon mal sehr gut. Was ist denn das für eine Runde? Also, so unergiebig habe ich schon lange hier nichts gesehen. Irgendeiner muss doch jetzt ein Tor machen. Oh. Stell dich mir doch nicht in den Weg, du blöder Eumelkopf. Ja, genau. Sei noch im Weg, du Spacken. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Oh. Na super. Wer war das? Welcher Spacken. Nein! Weg damit. Ha, Glanzparade. So sieht es nämlich aus. Ich habe hier alles gerettet. Nein! Nein, 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 nein. Oh, fuck. Das müssen wir jetzt natürlich erstmal, wenn das wieder so lange dauert mit dem Tor. Aber wenn es dann zumindest auf unserer Seite ist, dann haben wir wenigstens Gleichstand. So, zack. Nee. Der geht jetzt nicht rein. Genau. Jetzt aber. Der geht rein. Hahaha. Sehr gut. Sehr gut. Der alte Gedankenklo hat es immer noch drauf. Mit seinen völlig langweiligen und unspektakulären Gubbeltoren. Aber was soll's. Solange der Punktestand am Ende stimmt, kann man ja nur zufrieden sein. Komm schon. Dann machen wir noch schnell ein zweites hinterher. Warum passiert denn da nix? Warum passiert denn da nix? Das gibt's doch nicht. Macht ihn doch rein. Warum ist hier keiner in Position? Keiner. Ja, sehr gut. Haha. Super. Kommunikation findet hier scheinbar nicht statt, aber immerhin steht es schon mal 2 zu 1. So, jetzt keine weiteren Fehler machen. Das kriegen wir hin. Die Welt ist im Wandel. Oh, nein. Schnell wieder zurück. Jetzt keine Scheiße hier bauen, Kollege. Keine Scheiße. Weg damit. Hallo, das wollte ich einsammeln. Spacken. Oh, ja. Sehr gut. Nein! Das war dumm von mir, dass sie es schaffen können. Oh. So. Genau. Ramm mich doch weg, du Blödbacke, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, verpisst euch. Nein! Nee! Ah, 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 ah. Das war vielleicht sehr knapp, aber... Jui, 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 jui. Ganz toll, ganz toll. Okay, das war unsere erste Runde Rocket League seit Ewigkeiten, aber wie ihr seht, erfolgreich. Und das sogar nicht ganz ohne meinen Beitrag. Okay, bis zum nächsten Mal hier bei T-Boy-T-P. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.